Was geht ab Leute? Heute ist soweit. Kaspar und ich spielen die Brücke der Hölle. Es wird heute echt cool Leute. Wir müssen probieren über verschiedene Brücken rüber zu kommen mit ganz ganz vielen verschiedenen Schwierigkeiten und sowas. Und am Ende kriegt man sogar noch Boni-Sachen, dass man das alles normal spielen kann. Aber mit besseren Sachen. Es wird auf jeden Fall echt cool. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bitte dann noch einmal ganz kurz euer Handy. Drückt immer auf die Glocke, wenn ich euch auf jeden Fall kein Video mehr verpassen. Freunde, ich würde sagen, wir gehen rein. Viel Spaß. Äh, Kaspar! Was ist los, Bro? Dir ist schon klar, dass ich dich da gesehen habe, ne? Hä, was? Ja. Aber guck mal, wir haben da so eine heftige Brücke, wo wir rüber müssen. Und hier? Sag mal, die sieht aber gefährlich. Was machst du da? Ich krieg Daily Rewards, ich hab grad 50 Dollar bekommen. Klicke Belohnungen, nicht schlecht, sag mal. Aber komm, Quatsch gar nicht mehr so lang. Wir wollen jetzt hier doch über die Brücke rüber. Genau, deswegen. Also wer zuerst ankommt, Kaspar, der kriegt auf jeden Fall was Cooles. Ich bin da direkt durchgefallen. Ach, ich seh gerade, da gibt's verschiedene Level, also sind das verschiedene Stärken? Ja, ja, also du, pass auf, du musst immer aufpassen. Oh Gott, okay, also hier musst du... Warte, du ziehst ja schon voll, ich seh das da oben. Ich zieh, ich zieh voll durch, ich zieh voll durch. Ich bin doch am Anfang, jetzt warte doch mal ein bisschen. Ey, nein, ich bin hingefallen. Ach, du musst jetzt von, ach, du musst von ganz vorne wieder anfangen. Das heißt, du musst aufpassen, wenn da so überall Sachen leuchten, da darfst du nicht drauf. Das ist schon mal richtig. Okay, aber wo muss ich denn hier jetzt rüber? Ah, hier. Bam, didededit, bam, didededit, bam. Oh Gott. Sag mal, du bist ja schon richtig geübt hier. Oh, ich bin richtig geübt, Kaspar. Jetzt pass auf, du darfst auch hier nicht die Sachen berühren beim runtergehen. Oh Gott. Alter. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Oh nein, oh Mann, oh ey. Ich häng dir auf halb acht, nein. Bist du auch mal da gefallen? Oh Gott, ich bin wieder hoch. Ich bin wieder hoch geflogen. Jetzt. Ich bin irgendwie so hochgebackt, weiß ich auch nicht wieso. Okay, aber das Ding ist, es ist noch nicht so schlimm, weil in einem Minute resettet sich das, dann können wir quasi wieder mit einer anderen im Stafel. Eine neue Welt? Aber wir können ja schon mal so ein bisschen, ah, 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 ah. Schau mal, schau mal, ich drück jetzt mal ein bisschen hier aufs Gas. Ich glaube ja, du trühlst ein bisschen zu viel. Okay, pass auf. Ich gucke jetzt mal, wie das ist, wenn man richtig schnell jetzt macht. Zack. Okay, okay. Ich hab's gesehen. Okay, okay, Kaspar. Wir müssen jetzt hier zwei Freundinnen noch dazu bekommen. Und das Ding ist, guck mal, oben. Oben siehst du den Schwierigkeitsgrad. Ja. So, das heißt, hier ist jetzt erstmal orange, der ist ja noch relativ gleich. Ach, das ist noch easy, oder was? Das ist noch easy, muss ich sagen. Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, was rot heißt. Nein. Ich glaube, Kaspar, ich glaube, rot wird richtig schwierig. Glaube ich auch. Weil, ich meine, rot ist ja auch meine Farbe und ich mach das Leben nicht leicht, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, jetzt musst du dann aufpassen, also. Wie du eben geschrien hast. Hä? Lol, ich hab das gar nicht berührt und bin trotzdem gestorben. Okay, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich sag's dir ganz ehrlich. Musst echt aufpassen, ja? So, jetzt hier. Ich bin auf jeden Fall schon mal. Ja, ich komm gut weit. Ich komm gut weit, Kaspar. Ja, nicht schlecht, gar nicht schlecht. Okay, auf den Diamanten. Hä? Äh, ich hab's schon wieder berührt. Ha, jawohl. Okay, ich bin sogar jetzt schon grün. Ja. Oh, sag mal, nicht schlecht, nicht schlecht. Hier, das darf ich nicht berühren. Jetzt bin ich hier sogar. Oh, pink. Oh. 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 Okay, 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 okay. Ich muss erst mal. Ja. Hast du's geschafft schon? Ich bin schon sehr weit, Kaspar. Ich bin schon jetzt zur Hälfte. So. Okay, okay. Ich komm hin, ich komm hin. Aber dass es hier auch gar keinen Checkpoint gibt, ne? Ja, das Ding ist, es ist natürlich Hardcore, ne? Also, es ist sehr Hardcore. Ja, es ist schon mal rein Hardcore. Oh. Hier. Oh. Okay. Ich hab gleich gelb durch, Kaspar. Ich hab gleich gelb durch. Du machst auch hier wieder echt einen, du machst hier wieder einen Sprinter. Oh. Das ist jetzt hier lila sogar schon. Achtung, Kaspar. Lila. Lila, ja. Oh mein Gott, Rot sieht da so schwer aus. Okay, Rot ist jetzt das Vorletzte, Kaspar. Okay, okay, ich schaff das. Ich bin hier hochfokussiert. Ah, nein. Nein. So kurz zum Ziel. Ich bin nicht gegengekommen. Ich bin nicht zu wenig gesprungen. Nein, jetzt wenn du da gegengekommen bist. Ach, Mann. Nein. Doch, Kaspar, doch. Ey, aber es ist nicht so schlimm. Oh. Weil ich hol dich jetzt ein, Kaspar. Du holst mich nicht ein. Ich bin nämlich schon bei Pink. Aber ich bin, nein, ich bin vorbeigesprungen. Haha. Ach, Mann. Okay, was machen wir? Wer zuerst ins Ziel das schafft, was kriegt derjenige? Ach, Mann. Ach, verdammt. Was bringen eigentlich diese Coins? Ja, das ist nämlich das, was ich mich gerade frage. Du kannst dir nämlich ein paar Hinweise, ein paar Tipps kannst du dir kaufen. Stimmt. Weniger Gravity, mehr Geschwindigkeit. Oh, das kaufe ich mir hier. Was hast du dir gekauft? Das sage ich nicht. Mal gucken, ob ich es damit jetzt schaffe. Jetzt. Was hast du dir gekauft? Sag mal. Ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Auf jeden Fall habe ich mir was gekauft. Das kann man nur mit Robux kaufen und nicht mit diesen Coins. Oha, dann weiß ich ja, was du gekauft hast. Man kann nämlich nur die Sache kaufen. Ach, Mann. Hallo. Hast du dir ein Schild gekauft? Ja, aber ich bin gespannt, ob das aktiviert wird, sobald ich was berühre, weißt du? Also ich habe jetzt auch ein Schild. Okay, also das Schild ist gekauft. Aber ich sehe kein Schild um mich herum. Ich auch nicht. Oh, warte. Ich hole dich jetzt ein. Das ist jetzt mein Ziel. Ich werde dich jetzt einholen, Kollege. Das hast du, das schaffst du nicht mehr. Ich ziehe jetzt eiskalt durch hier. Ich ziehe jetzt eiskalt durch hier. Ja, ich bin auch direkt hinter dir. Oh mein Gott. Oh Gott. Kein Stress, Kaspar. Kein Stress. Oh mein Gott. Ich hole dich ein. Du bist zu langsam. Du stresst mich aber ganz schön, sag mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist so schnell. Oh mein Gott. So. Also. Oh mein Gott, du bist so schnell. Okay, blau. Oh, hier machen wir auch miese Taktik. So. Und hier bin ich eben fehlgeschlagen, ne? Beim roten. Oh, ich komme gut. Ich komme gut vorbei. Muss ich hochklettern, ja? Wie geht denn das? Muss man einfach hier drauf, auf diese Dinger? Jawohl. Ich bin jetzt beim letzten, Kaspar. Wo bist du? Seh ich dich irgendwo? Wie komme ich jetzt hier? Musst du gegenlaufen, einfach. Musst du gegenlaufen. Nein. Als wenn ich dagegenlaufen musste, dann hochklettern konnte. Mann, ey, ich dachte, ich schaff's. So, jetzt kann ich hier entspannt. Ja. So. Äh. So. Äh. So. Oh mein Gott, ich sehe gerade, was das Schild bringt. Was denn? Oh mein Gott. Wir können einfach die Laser berühren und können da unendlich durchlaufen. Was? Wir können da einfach durchlaufen, ohne Schaden zu bekommen. Okay, pass auf. Das Ding ist, ich bin jetzt hier hinten am Ende und jetzt kann ich jetzt durchgehen durchs Portal oder was? Oh. Jawohl. Ah, ich habe jetzt ein Stern bekommen. Das heißt, ich kann das Ding jetzt theoretisch nochmal machen. Hast du jetzt unten links zwei Sterne stehen? Also da bei den beiden. Ne, ich habe jetzt ein Stern, steht da. Aber ich habe 185 Dollar. Ich aktiviere jetzt mal ganz ruhig. Ich mache den Parkour jetzt nochmal. Oh, jetzt kannst du mir coole Sachen holen. Aber ich hole mir jetzt mal mehr Geschwindigkeit. Mann, ich, wieso rutsche ich da immer runter, ey? Weniger Gravit... Weniger Gravit... Blinden ist... Ich mache mal... Weniger, ähm... Dingens. Weniger Gravitie. Oh mein Gott! Leute, das haben wir alle... Du hast es für alle gekauft. Yo! Ne, nur nicht alle. Aber guck mal, ich kann voll weit springen. Ich habe das auch. Ich habe das auch. Ich habe nur Schild gekauft und ich habe trotzdem Low Gravitie. Ich habe es gerade für alle gekauft. Ja, auf jeden, auf jeden. Oh mein Gott. Ehrenhaft von dir, Proxo. Oh mein Gott, na toll. Aber, pass auf, man kann das Ding... Also, ich mache es jetzt nochmal fertig. Dann kriegen wir nämlich nochmal Geld. So, ich finde es sogar ein bisschen... Nein, Mann, ey, mein Ping da... Ach, Mann, ich bin auch ihm gefallen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh. Warte, ich komme jetzt, Kaspar. Wir haben nur noch eine Minute und 50 Zeit. Ich will es wenigstens einmal zu Ende machen. Okay, pass auf, wir machen das Ding jetzt hier in eine Minute 50 nochmal fertig. Da flext er auch noch. Oh mein Gott. Nein, ich, das kann es doch keinem erzählen. Zack, 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 Alter. Ey, Mann, springt viel weiter, als man denkt. Das ist ja echt schwer, okay. Ey, warum geht die Zeit so schnell? Ey. Guck dir mal die Zeit an. Die Zeit. Hä? Vier Mal so schnell geht sie vorbei? Vier Mal hat sie gerade vier Mal eingestellt. Gut, dass wir nicht weit gekommen sind, weil sonst wäre das echt gar nicht. Aber wir gucken jetzt. Okay, und ist schon direkt vorbei. Was ist die Karte jetzt? Genau, jetzt haben wir eine neue Karte. Nein. Oh, jetzt ist das alles auch weg. Ach, nein. Okay, pass auf. Ich habe einen Vorschlag. Ja? Okay. Wenn ich das jetzt zuerst schaffe, dann musst du bei mir ein Like da lassen. Aber wenn du das schaffst, dann muss ich bei dir ein Like da lassen. Okay, okay. Herausforderung angenommen, sage ich mal so. Okay. Ich fahre jetzt hier mal eine ganz miese Taktik. Jetzt bin ich gespannt. Oha, seitlich ist das sogar voll leicht. Wie seitlich voll leicht? Das ist ganz und gar nicht leicht. Ich bin hier hoch, 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 fokussiert. Ach, nein, Mann, oh. Okay, pass auf. Nein, Box, das wird richtig schwer. Das hat er so reingestellt. Wieso ist das so schwer, sag mal? Ach, verdammt. Das ist echt voll schwer, ne? Ich muss mir gleich wieder ein Schild kaufen oder so. Ja, Schild bringt ja bei dem noch nicht mal was. Nee, Schild bringt auch nicht was. Aber, ey, Mann, das ist... Irgendwie braucht man halt irgendwie so eine Sicherheitsblase. Ich habe eine gute Taktik jetzt. Ich habe eine gute Taktik. Okay, bist du in der Ego-Perspektive? Nein, nein, nein. So. Oh Gott, was soll ich jetzt hier machen? Hä? Soll ich jetzt hier rüberspringen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Hau bloß ab. Hau bloß ab. Hau bloß ab. Den kenne ich ja schon von eben. So. Ja, man kennt ihn. Den kennen wir auch. Oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir hier Schwierigkeitssprünge. Der rutscht auf einmal runter, auch von alleine. Ah, ha, ha, jawohl. Renno. So. Ich will das nur einmal schaffen, bitte. Okay, ich bin jetzt sogar schon bei Pink. Das heißt... Ja. Hälfte... Warte mal. Ui, 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 du ziehst das Ding auch wieder durch dann, ne? Du ziehst das Ding auch wieder durch dann. Oh mein Gott, warum muss ich hier außen rumspringen? Wie ein junger Gott. Oh mein Gott, ich bin gerade so im Lauf drin. Das kannst du dir nicht vorstellen. So, zack. Oh mein Gott, ich bin nicht zu stoppen. Ich bin nicht zu stoppen. Halte die da auf. Ach Gott. Ich bin nicht zu stoppen, Kasper. Kasper, ich bin nicht zu stoppen. Ich seh's da oben. Zieh durch. Ah, nein. Och nein. Ich war so weit. Ich war so weit. Wie gesagt, die Uranus ist am schwersten, ne? Echt? Ach, danach wird's einfacher, oder was? Danach wird's auf jeden Fall einfacher. Mann. Aber man muss nur... Das ist echt schwer. Ich brauch jetzt mal ein Schild hier. Okay, pass auf. Ich mach jetzt Speedrun. Speedrun, Speedrun. Zack. Zack. Bam. 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 So. Ich bin auf jeden Fall ein guter Ding, Kasper. Du bist echt gut, auch gut schnell dabei, ne? Ja, ja, normal. Profi. So. Hier. Profi, Boxi. Boxi. Hier, ganz kurz. Zack, außen rum. Oha, Mann. Ich bin gerade so gut, Kasper. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du doch keinem erzählen, Mann. Oh, guck mal, oh, wie ich schnell laufe. Du hast dir doch da irgendwas gekauft. Kauf mal bitte Gravity für uns alle. Oh mein Gott, ich bin gerade fast... Was hast du? Oh, ich bin gerade fast zu weit gesprungen. So. Okay. Ich bin jetzt sogar schon im lilanen Bereich. Hier muss man aufpassen. Hier sind nämlich so Schleimsachen. Die darf man auf gar keinen Fall berühren. Hier. Oh. Oh. Okay, ich habe jetzt Rot auch fast durch. Oh mein Gott. Nicht schlecht, sag mal. Oh mein Gott. Okay. So. Achtung. 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 Hellblau. Das ist das letzte, glaube ich. Oh nein, ich muss jetzt... Oh nein. Nein. Ich muss diesen um die Wand... Oh mein Gott. Wie soll ich denn das... Hast du geschafft? Oh mein Gott, du bist der krasseste, du leckerst so krank unterwegs zu mir. Oh mein Gott, okay. Was ist, muss ich hier sogar... Oh mein Gott. Oh mein Gott, der letzte Sprung. Saran, komm, komm, ich drücke die Daumen. Ja. Ja, fürs Team. Oh mein Gott, fürs Team. Ey, das waren so schwere Sprünge am Ende, ne? Das soll es von dem Video gewesen sein, Freunde. Wenn es dir gefallen hat, dann hat es auf jeden Fall gern ein Like da und ein Abo. Und gleichzeitig noch auf die Videos hier draufklicken. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.